Du Sonni, wo ist der sicherst Platz im Flieger? Vorne oder hinten? Es kommt auf die Bloggesellschaft an. Bei den Osteuropäern spielt es überhaupt keine Rolle, aber bei allen anderen eindeutig hinten. Denn bei einem Absturz geht ja der Flieger zuerst mit den Spitzen im Boden ein. Das ist nicht gesagt. Mir hat eben mal einer gesagt, vorne sei besser, weil du nahezu bei den Piloten bist und bei einem Absturz. Das denkt ja die auch zuerst maler sich selber. Wichtig ist einfach, dass du beim Einchecken ein gutes Trinkgeld gibst, damit du dich nahezu beim Notausgang hocken lässt. Du hast mehr Vorteile, wenn du nahezu beim WC zusitzest, als beim Notausgang willst. Statistisch gesehen musst du mega sicher, als dass du abstürzest. Aber es ist mir doch egal, ob ich jetzt gerade beim Seichen bin oder nicht. Aber das WC ist eben schon der sicherste Ort, weil dort haben sie schon ins Blackbox platziert. Eigentlich müssten sie ja das ganze Flugzeug aus dem Material machen mit Blackbox. Dann würde es den Absturz auch besser überstehen. Aber der will aber keinen etwas überlegen. Du! Ich habe mal bei so einem Afrikanflug ein Geschleinkang angefangen mit einer schwarzen Sturdiss. Weisst du, wie habe ich dieser Name gesagt? Meine kleine Blackbox! Nein! 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 Vielen Dank.